Einfach richtig lüften mit dem Klimagriff Ihrem Minicomputer am Fenster. Erfasst Temperatur, Luftfeuchtigkeit und als besonderer Clou die Fensterstellung. Berechnet die optimale Lüftungsdauer und die Zeitpunkte. Speichert alle Daten bis zu zwölf Monate. Diese Daten können dann als Lüftungsprotokoll ausgewertet werden. Rot Fenster öffnen. Gelb Raum heizen. Grün Fenster schließen, um keine Energie zu verschwenden. Nie mehr Schimmel und Streitigkeiten dank dem Klimagriff. Jetzt bestellen und Geld sparen. www.klimagriff.de